Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Last Cars Eternia Fanserver. Das ist Part Nummer 20 und der wurde eben gerade wegen GEMA gesperrt bzw. mein Video wurde wegen GEMA gesperrt und ja, deswegen synchronisiere ich jetzt nach diesem Part, werde den gleich nochmal hochladen und ja, muss ja nur die Musik rauslöschen. Dann nur meine Stimme reinmachen. Das ist ätzend ey, nicht mal TubeZap kannst du den Hintergrund laufen lassen von irgendeinem YouTuber. Und ja, ist doch rein zur Drecke ey. Und nicht mal TubeZap den Hintergrund laufen lassen kann. Ach, naja, okay. Von mir aus ist mir auch recht. Bleibt Zeit. Bei meinem anderen Video wurde es nicht gesperrt, bei dem wurde es gesperrt. Finde ich total schwachsinnig, ehrlich gesagt. Total hirnerissig, aber kann man halt nichts ändern, ne. Ist jetzt nun mal so und. Ich versuch's beim nächsten Mal noch, ob das ähm dann rausgenommen wurde oder ob es nicht rausgenommen wurde und ähm ja. Ich hoffe mal das klappt alles soweit und ähm ja. Was soll ich jetzt nachsynchronisieren? Was soll ich nacherzählen? Fällt mir gar nichts ein. Ach du Gott. Puh, ähm. Ja, wir waren gerade in Moraska-Questen. Teil 2 ist das jetzt, ähm. Welche Quest genau hab ich denn jetzt gemacht? Das weiß ich gar nicht. Ähm, ja, wir haben erstmal die Fuckin da geholt. Kann sein, dass ich jetzt wieder ein bisschen verspätet oder ein bisschen schneller rede, weil ich ja nicht gleichzeitig losgedrückt habe. Auf jeden Fall wollten wir jetzt zu diesem Lager da laufen, beziehungsweise haben wir erst die, die Terra-Federn gemacht und danach, ja, da ist die Terra-Federn haben wir gehauen. Beziehungsweise sind wir runtergegangen und wollten die Spinnen und die Seen hauen. Genau, das wollten wir machen. Da sind wir jetzt erstmal ein bisschen gelaufen und gelaufen. Und ja, ähm. Da war auch nicht wirklich ein Problem mit. Es ging eigentlich. Ähm. Ja. Also jetzt laufen wir erstmal ein Weilchen, sag ich mal. Und, ähm. Das Weilchen laufen. Ja. Da kann ich nicht mehr was zu sagen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Dumme Gamer. Ich hasse Gamer. Warum passiert mir das immer? Warum passiert mir sowas immer? Das ist doch räudlich. Naja, okay. Muss man jetzt so durch, kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Und nun ja. Muss ich mir jetzt irgendwas aus dem Gehirn lauen. Weil mir nicht dann ein Feld da rüber. Aber. Äh. Ähm. Ja. Ähm. Ja. Äh. Soll ich sagen? Soll ich sagen? Ja. Ja. Aber. Aber. Man sollte nicht schlechte Laune haben. Also immer glücklich sein. Steuze rüber sein. Und ja. Steuze rüber sein. Naja. Nein. Spaß. Ist nicht so gemeint. Ist klar, dass man sich darüber aufregt. Da wäre ich glaube ich nicht der Einzige, der sich dann darüber aufregt. Oder? Oder bin ich da der Einzige? Ich glaube mal eher weniger. Naja. Wird schon. Wird schon. Das wird schon alles. Der nächste Part kommt dann morgen. Ähm. Muss ich schauen. Wie. Genau. Ähm. Aber. Wird mir schon was einfallen. Und. Da klappt das schon alles. Gehe ich mal von aus, dass das dann alles klappt. Ja. Natürlich klappt das alles. Und. Ja. Wird schon. Wo sind wir denn jetzt? Ähm. Beziehungsweise bei meinem Video. Ach ja. Haben wir schon die erste Spinner gehauen? Kleide ich bitte. Beziehungsweise zwei. Ja. Ich wurde angeschrieben. In Skype. Ähm. Ähm. cherry, Oh, Mann, ey. Naja Ist relativ sinnlos Ehrlich zu sein Mit der GEMA So dumm So dumm Ich hasse GEMA Na ja Da muss das passen mit Nachsynchronisation Man kann ja nicht alles haben Kann ja nicht immer alles so perfekt sein Man soll es auch nie perfekt haben Man sollte es nie perfekt haben das Video mal schnell. Und Aktion, Lächeln, ja, Lächeln, so. Wird schon alles, wird schon alles. So, bei mir sind wir jetzt, da haben wir 12 und 30 Spinnen gehauen und, ähm, ich sehe nämlich keine direkte Zahl, wie weit der jetzt schon ist hier, oder? Sieht man das? Ne, sieht man bei Dings nicht, bei Amtasia Studio. Und, nun ja, da sieht man nicht wirklich genau. Oder das kann man vielleicht einstellen, dass man es genau sieht, ich sehe es nicht. Aber es klappt schon alles noch. Keine Panik. So, wir sind jetzt gerade, äh, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Bei 8 Minuten, wenn das nicht reicht mit der Zeit, mache ich Musik hinten dran. Aber eine, die von der GEMA erlaubt ist. Ja. Da werde ich einfach keine Musik mehr reinmachen und gut, das, ne, das sehe ich nicht ein. Ihr seht ja, ich mache eigentlich, um sich dem G30K so mit dem Autohit und, ja, das geht eigentlich. Gibt es das Neues bei Steam? Nö, auch nicht direkt. Ja. So, sonst gibt es nichts Neues eigentlich. Nö, nicht direkt. Nö, nicht direkt. Da müssen wir es so hinkriegen. Ey, wo sind wir? Wo sind wir? Da. Ne. Keine Ahnung. Nein, oder? Komm, das ist scheiße. Da habe ich es weggelegt. Da. Epic. Ja, die Musik, die geht doch. Also, verstehe ich es sowieso nicht. Nun, ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir waren. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei 7 Minuten, bei 12, habe ich gesagt, waren wir. Jetzt bin ich hier ungefähr bei 20, bei 9 Minuten. Und, äh, ja. Sind noch 7 Minuten. Ich habe jetzt kein Zeitgefühl, wo wir jetzt ungefähr sein könnten. Tut mir leid. Weiß ich jetzt nicht so genau. Und, ähm. Tut mir leid. Kann ich euch nicht sagen. Wo wir jetzt genau sind. Und, ähm. Ah, vielleicht mal Werbung. Ne, doch nicht. Gut, Gott sei Dank. Ähm. Ja. Wir hauen noch in Ruhe Spinnis. Zack. Dann hauen wir noch eine Spinni. Aber, ich würde jetzt mal sagen, ähm. Ich beende mal kurz. Also, ich jetzt ende mit nach Synchronidieren. Ich haue ein Lied rein. Danach haue ich noch eins rein. Aber, speede dann das Endlied. Also, und speede auch das Video ein bisschen. Weil, Mops Kloppen ist ein bisschen langweilig. Und, da würde ich jetzt mal ein kleines bisschen speeden. Na, nehm's ja nicht übel. Wir sehen uns bis zum nächsten Part. Wiedersehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich war 13 und ein Außenseiter. Heute bin ich für die meisten noch kaum erreichbar. Denn ich lauf da weiter, wo ihr stehen bleibt. Es ist okay, wohin mein Weg zeigt. Seht's ein. Ich bin immer noch derselbe Kerl. Noch heute halt ich von mir all die Krähen fern. Ihr redet gern drüber, dass ich's nicht schaff. Dabei redet ihr darüber, was ihr nicht habt. Ich mein Klassung, das Herz eines Ziegers. Wer ist hier ein Niemand? Ich hab für den Traum hier geblutet. In dem ich jahrelang so ausgelacht wurde. Doch ich hab es bereits jetzt euch gezeigt. Dabei bin ich erst drei Jahre mit meinem Rap vor dem Mic. Und verletzt hab ich keinen, der nicht drum gefleht hat. Ich bereu nichts, nicht mal die Fehler. Gib mir kein Respekt, lach mich aus. Doch vor Tausenden zu stehen bleibt mein Traum. Wenn ich eins gelernt hab, dann zu sein, wie ich bin. Scream out und blazing, it's time now to win. Gib mir kein Respekt, lach mich aus. Doch vor Tausenden zu stehen bleibt mein Traum. Wenn ich eins gelernt hab, dann zu sein, wie ich bin. Blaze in und scream out, it's time now to win. Ich war das Kind ohne Freunde auf der Suche nach Glück. Aber immer wenn ich's brauchte, verflucht es mich. Du bist ein Nichts, hörte ich oft. Aber ich werd ein Star, Mann, das schwör ich bei Gott. Egal das, was du sagst, trifft mich nicht. Weil mir deine Meinung nicht wichtig ist. Heute blitzt das Licht, weil ich polarisiere. Nur ein Mitläufer wäre so gern wie ihr. Gib mir kein Respekt, denn ich brauch ihn nicht mehr. Wenn ich Fehler gemacht hab, nur um daraus zu lernen. Bitte nicht sein, ich bin nicht wie du. Denn nicht jeder meiner Schritte wird zum Business-Move. Du hast nichts zu tun, deshalb redest du gern. Aber kriegst mich nicht weg, denn ich steh wie ein Berg. Dein Leben nervt, doch da kann ich nix für. Heute sag ich mit Stolz, ich war anders als ihr. Gib mir kein Respekt, lach mich aus. Doch vor Tausenden zu stehen bleibt mein Traum. Wenn ich eins gelernt hab, dann zu sein, wie ich bin. Scream out, don't blaze it's time now to win. Gib mir kein Respekt, lach mich aus. Doch vor Tausenden zu stehen bleibt mein Traum. Wenn ich eins gelernt hab, dann zu sein, wie ich bin. Blazing und scream out, it's time now to win. Jede Pause nur gemobbt auf dem Fußballplatz. Ich hab es in der Schule niemals gut gehabt. Ausgelächelt wurde ich, als ich sagte, dass ich rappe. Doch ich setzte eurer Tyrannei ein Ende. Indem ich weiter für mein Ziel gekämpft hab. Ich hab mich für euch nie geändert. Und guck, wohin's mich heute gebracht hat. Für Freunde bin ich Arty und für andere ein Starman. Ich will nicht mal sagen, ich hab's weit gebracht. Trotzdem kennt mich heute jeder in meiner Stadt. Ich bleibe wach, obwohl ich schlafen sollte. Sag, wann find ich hin? Mein Platz an der Sonne. Denn ich hab hart gekämpft. Und ich will, dass ihr die Arbeit endlich anerkennt. Komm klar, verdammt, auf deinen Ghetto-Film. Ich werf Deutschland mit den Zeilen in einen Rettungsring. Schalt auf dein Respekt. Lach mich aus, doch vor Tausenden zu stehen. Bleibt mein Traum. Wenn ich ein Skelett hab, dann zu sein, wie ich bin. Scream out und blazing, it's time now to win. Gib mir kein Respekt. Lach mich aus, doch vor Tausenden zu stehen. Bleibt mein Traum. Wenn ich ein Skelett hab, dann zu sein, wie ich bin. Blazing und scream out, it's time now to win. Lach mich aus, doch vor Tausenden zu stehen.